Der Harz. Unendliche Weiten. Wer hier unterwegs ist, kann in Ruhe die Natur genießen und was für seine Gesundheit tun. Touren mit dem Fahrrad zum Beispiel. Wer hier mit dem Auto unterwegs ist, kann in Ruhe seine Gesundheit genießen und was für die Natur tun. Fahren mit dem Elektroauto. Aber egal wo man radelt, ob flacher Radweg an der Donau oder hügelige Strecke in der Rhön, von Zeit zu Zeit heißt es nachtanken, frische Energie holen. Das gilt auch fürs E-Mobil, wenn die Energie nicht mehr bis zum Ziel reicht. Doch wo ist die nächste Station? Und gibt's dort den gewünschten Stoff in ausreichender Menge? Während die Wirte an den Radstrecken immer nur spekulieren können, wie viele Touristen mit wie viel Durst und Hunger demnächst auftauchen werden, weiß die Mobilitätsleitwarte von Harz-II Mobility präzise, wie viele Elektrofahrzeuge in der Gegend unterwegs sind, welchen Energiebedarf diese haben und koordiniert sogar, wie sie mit regenerativer Energie für die Batterieaufladung versorgt werden können. Harz-II Mobility steht für ein Projekt, das speziell auf die Mobilitätsbedürfnisse im ländlichen Raum zugeschnitten ist und dabei jederzeit flexibel verfügbare Ressourcen und individuelle Nachfragen miteinander verknüpft. Hierzu werden Informationen von den Fahrzeugen über das Telematiksystem und die Combox zur Verfügung gestellt. Die Daten werden in der sogenannten Mobilitätsleitwarte ständig mit den prognostizierten Erzeugungsdaten der Energielieferanten abgeglichen, speziell von den zahlreichen PV- und Windkraftanlagen in der Region. Und je nach Stromverfügbarkeit werden aktualisierte Ladepläne an die intelligenten Ladestationen und Fahrzeuge verschickt. Aufgrund der geplanten Fahrstrecke sowie Höhenprofil wird ein entsprechender Energiebedarf ermittelt und mit Hilfe der zusätzlichen Informationen der Reichweite wird über Mobilitätsleitwarte ein Vorschlag für die nächste freie Ladestation ermittelt. Der Harz ist aufgrund seiner Höhenlage ein sehr windreiches Gebiet und oft steht mehr Energie zur Verfügung, als aktuell benötigt wird. Die Mobilitätsleitwarte kann in solchen Momenten Ladestationen und Fahrzeuge mit diesem Strom versorgen, das heißt, sie dienen dann als Energiepuffer. Umgekehrt können sie Strom ins Netz zurückspeisen, wenn es Versorgungsengpässe geben sollte. Aber am besten ist es immer dann zu tanken, wenn viel Windstrom im Netz ist. Das ist allemal besser, als überschüssigen Windstrom in Pumpspeicherwerken zwischenzuspeichern. Dennoch, es ist die Entscheidung des Fahrers, ob das Laden der Fahrzeugbatterie vollautomatisch zum günstigsten Zeitpunkt und Tarif vorgenommen werden kann oder ob die Leitwarte nur optionale Vorschläge machen darf. Ob ausschließlich regenerative Energie für den Ladevorgang verwendet werden soll oder ob das Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt nachgeladen wird, unabhängig von Energieerzeugungsart und Kosten. Das Projekt Harz II Mobility kann also jederzeit vollautomatisch die Verteilung regenerativer Energien in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage optimal steuern. Etwas, was sich so mancher Radler auch wünschen würde, immer eine offene Wirtschaft finden und dann auch noch das richtige Speisen- und Getränkeangebot. – Wie ist pinching der Stadt? – WCHYG mitadaンレ Czechos – BBY-V 핫 DR- împング